Bunden Neuigkeiten Knallhart Kritik Teil 3 Litbarski schlägt Vorstand mit drei FC-Legenden vor, hole ihn mit dem Mofa nach Kölle. FC Köln Pierre Litbarski holt mit Videos auf Instagram zum Rundumschlag gegen den FC Köln aus. Im neuesten Schnipsel schlägt er einen neuen Vorstand mit drei FC-Legenden vor. Nachdem FC-Legende Pierre Litbarski in den vergangenen Tagen bereits zum Rundumschlag gegen den FC Köln ausgeholt hatte, folgte nun am Sonntag, 26. Mai 2024, der letzte Akt der Knallhart Kritik. Diesmal schaute Litty allerdings in die Zukunft und stellte gleich zu Beginn die Frage, wo kann ich dem Verein meines Herzens helfen? Pierre Litbarski, einmal FC, immer FC Der Weltmeister von 1990 weiter, ich kann nur in den Bereichen helfen, wo ich auch gut bin. Ich habe als Spieler, Trainer, Scootingleiter und Markenbotschafter gearbeitet. In ihm sei auch deshalb die Idee eines Weltmeistersportvorstands beim FC gereift. Die Kandidaten dafür hätte er auch schon parat, Lukas Podolski, Weltmeister 2014, Thomas Icke, Hessler, Weltmeister 1990 und Jonas Hector. Hector wurde zwar nicht Weltmeister, genießt bei den FC-Fans allerdings auch Legendenstatus. Natürlich würde ich auch den Poldi, den Jonas und den Icke anrufen und fragen, ob die mitmachen wollen. Aber zuerst muss jemand kommen mit einem Konzept und einer Strategie, wo ich merke, dass es den Verein nach vorne bringt, erklärte Litbarski weiter. In seiner Instagram-Story sagte Litbarski zusätzlich zu Podolski, wenn der Junge kommt, dann fahre ich da persönlich hin und hole ihn mit dem Mofa nach Kölle. Wichtig sei aber auch, dass dieser jemand mit dem Konzept, den Litbarski sucht, das Herz an der richtigen Stelle hat und das Herz muss auch noch für den FC schlagen. Hier siehst du Teil 3 von Litbarskis Kritik am FC Köln auf Instagram. Nun hoffe Litbarski, mit seiner dreiteiligen Knallhard-Kritik den Stein des Anstoßes ins Rollen gebracht zu haben, wir schauen mal, ob in den nächsten Wochen jemand mit einem Konzept um die Ecke kommt, das den FC wieder erfolgreich macht. Einmal FC, immer FC. Schimpfte er über die misslungene Transferpolitik, die schwache Teamleistung und den gescheiterten Trainer, Setzen, 6, und zog ein vernichtendes Bosse-Rohr teil. Das sind Fehler in Millionenhöhe. In der freien Wirtschaft zieht man die Verantwortlichen zur Rechenschaft, sagte der ehemalige Weltklasse-Kicker.